so heute mal draußen in der natur gar nicht gewohnt drin sport machen mit zwei richtig guten freunden die sind hier fleißig am start und ja ab und zu muss man auch andere dinge tun dass andere muskelgruppen bewegt werden und strapaziert werden und ich melde mich später wenn nach dem workout wenn ich dann wieder fertig bin was für ein training war krass anstrengend wie viele kilometer waren das ungefähr zehn kilometer oder vielleicht auch mehr sind wir gejoggt immer wieder und dann gab es so stationen ihr kennt vielleicht mal schauen ich verlinke mal unten video ich habe sowas ausprobiert vielleicht bin ich damit jetzt inzwischen erfolgreich schauen wir mal zukunftsführer sagt mir bescheid und jetzt schönen tag